We want you, you, we want you, alle Spiele der BKB-BL live, nur auf Telekom Basketball, jetzt buchen, order now, sofort, jetzt mit NBA und EuroLeague. Ein 2,13 Meter Hindernis, was er überbrücken will. Ui, ja, das ist ein guter Anfang. Für einen Einstieg ist das ja fast ein Rüber. Auf jeden Fall. Es wundert mich gerade, dass auch kein Zehner dabei ist, weil so ein Einstieg ist schon ziemlich gut. Gerade weil Bogdan ja auch 2,15 Meter groß ist. 2,15 Meter. Oh, Entschuldigung. Ich habe 2,30 Meter gelesen. Nochmal. Oh. Die Zehn. Oh. 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 Ja. Ja, der war gut. Aus Block G. Sehr, sehr schöne Idee. Mann. Also das Fugmann-Anspielen war schon schön. Und hier Jesse Sanders. Ein Assist. Und ein Assist, der 30 Punkte bringt für Gardner Green. Das war im Spiel. Es könnte sein, dass er den steigert, jetzt von gerade mit durch die Beine. Oh. Oh. Auf jeden Fall 10, wenn da keine 30 sind. Das sind wieder 30. Dann rücken wir lieber ein. 2,13 Meter Spieler, das ist schon, das muss man es mal machen. Das. Das machen wir. So, und das ist schwer zu toppen. Eigentlich gar nicht. Ja, das ist eine maximale Punktzahl. Das ist genau, was er für eine Punktzahl erreichen muss. Boah. Wow. Speziell die beiden ersten Danks in diesem Finale. Richtig stark. Kreativität. Er verdient halt. Kreativität mit Athletik. Das ist immer das Schöne. Danke, Herr Pfunger.